Im Streit um die Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien hat sich Mariano Rajoy kompromisslos gezeigt. Während zehntausende Spanier für Verhandlungen demonstrierten, lehnte der spanische Ministerpräsident Vermittlungen und Gespräche ab. Der Zeitung El Pell sagte Rajoy, gemäß der Verfassung könne die spanische Regierung die Autonomie Kataloniens aussetzen und eine Abspaltung verhindern. Es war Rajoy's erstes Interview seit dem umstrittenen Referendum am 1. Oktober, in dem nach offiziellen Zahlen gut 90% der Wähler für Kataloniens Unabhängigkeit stimmten. Allerdings hatten nur 43% der Wahlberechtigten teilgenommen. Rajoy erklärte in dem Interview mit der spanischen Zeitung, er wolle unbedingt dafür sorgen, dass eine eventuelle Unabhängigkeitserklärung Kataloniens ins Leere laufe. Die Regierung wird sicherstellen, dass jede Unabhängigkeitserklärung zu nichts führen wird, sagte der Ministerpräsident zu El Pell. Er erwäge, Katalonien die Teilautonomie zu entziehen, sollte die politische Führung in der Region ihre Drohung zur Erklärung der Unabhängigkeit nicht zurückziehen. Auf die direkte Frage, ob die Zentralregierung Artikel 155 der Verfassung anwenden könnte, antwortete Rajoy, ich schließe nichts aus. Laut Artikel 155 kann die Zentralregierung einer Region die Autonomie aberkennen, wenn diese der Verfassung nicht Folge leistet, ihre Verpflichtungen nicht erfüllt oder gravierend gegen Interessen des ganzen Landes verstößt. Damit könnte die Region Katalonien unter Zwangsverwaltung von Spanien gestellt werden und verliere jegliche Handlungsspielräume. Aber ich muss die Dinge zur rechten Zeit machen, fügte Rajoy hinzu. In ganz Spanien hatten am Samstag Zehntausende Menschen für eine friedliche Lösung des Konflikts demonstriert. Unter dem Motto Habla muss reden wir versammelten sich die Demonstranten vor den Rathäusern in Madrid, Barcelona und 50 weiteren Städten. Die meisten Teilnehmer waren ganz in weiß gekleidet und trugen weiße Luftballons. Auf Schriftbändern forderten sie Verhandlungen zwischen der katalanischen Regionalregierung und der Zentralregierung in Madrid. Eine für Montag geplante Plenarsitzung hatte das Regionalparlaments abgesagt, weil das spanische Verfassungsgericht sie untersagt hatte. Nach dem Verbot hatte der Chef der Regionalregierung, Carles Puigdemont, angekündigt, er werde am Dienstag vor dem Parlament in Barcelona Stellung zur aktuellen politischen Lage nehmen. Eine solche allgemein gehaltene Ankündigung könne das Verfassungsgericht kaum verbieten. Ob er dabei die Unabhängigkeit postulieren will, ist nicht bekannt. Untertitelung des Jahres